Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Wann kommst du zurück? Ich komme um 18 Uhr zurück. Ich komme um 18 Uhr zurück. Wie fährst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Ja. Gehst du heute spazieren? Gehst du heute spazieren? Ja, ich gehe im Park spazieren. Ja, ich gehe im Park spazieren. Warum läufst du so schnell? Warum läufst du so schnell? Ich bin spät dran. Ich bin spät dran. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Wann fliegst du nach Spanien? Wann fliegst du nach Spanien? Ich fliege nächste Woche nach Spanien. Ich fliege nächste Woche nach Spanien. Fährst du im Sommer in den Urlaub? Fährst du im Sommer in den Urlaub? Ja, ich fahre ans Meer. Wann gehst du schlafen? Wann gehst du schlafen? Ich gehe um 22 Uhr schlafen. Ich gehe um 22 Uhr schlafen. Wer geht mit dir ins Kino? Wer geht mit dir ins Kino? Mein Freund geht mit mir ins Kino. Mein Freund geht mit mir ins Kino. Warum fährst du nicht mit dem Zug? Warum fährst du nicht mit dem Zug? Der Zug ist zu langsam. Der Zug ist zu langsam. Fährst du gerne mit dem Fahrrad? Fährst du gerne mit dem Fahrrad? Ja, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ja, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Wie oft gehst du joggen? Wie oft gehst du joggen? Ich gehe dreimal pro Woche joggen. Ich gehe dreimal pro Woche joggen. Wie fährst du zum Flughafen? Wie fährst du zum Flughafen? Ich nehme ein Taxi. Wann kommst du an? Wann kommst du an? Ich komme um 15 Uhr an. Ich komme um 15 Uhr an. Warum kommst du nicht nach Hause? Warum kommst du nicht nach Hause? Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Gehst du gerne ins Museum? Gehst du gerne ins Museum? Ja, ich liebe Museen. Ja, ich liebe Museen. Wie fährst du nach Berlin? Wie fährst du nach Berlin? Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Warum läufst du jeden Tag? Warum läufst du jeden Tag? Warum läufst du jeden Tag? Wie oft gehst du ins Schwimmbad? Wie oft gehst du ins Schwimmbad? Ich gehe einmal pro Woche. Ich gehe einmal pro Woche. Wohin gehst du am Wochenende? Wohin gehst du am Wochenende? Ich gehe zu einem Konzert. Ich gehe zu einem Konzert. Wohin gehst du am Wochenende. Wohin gehst du morgen noch öfters? Wohin gehst du wieder arbeiten? Wohin gehst du wieder arbeiten? Wie fährst du zur Universität? Ich fahre mit dem Bus. Wann fliegst du nach Amerika? Wann fliegst du nach Amerika? Ich fliege nächsten Sommer. Ich fliege nächsten Sommer. Gehst du heute Abend ins Kino? Gehst du heute Abend ins Kino? Nein, ich bleibe zu Hause. Nein, ich bleibe zu Hause. Warum läufst du nicht zum Bahnhof? Warum läufst du nicht zum Bahnhof? Es ist zu weit. Es ist zu weit. Wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Gehst du zur Schule? Ja, ich gehe zur Schule. Läufst du jeden Tag? Läufst du jeden Tag? Ja, ich laufe jeden Morgen. Ja, ich laufe jeden Morgen. Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Ja, ich habe ein Auto. Warst du schon mal in Paris? Warst du schon mal in Paris? Nein, aber ich möchte hinfahren? Nein, aber ich möchte hinfahren. Nein, aber ich möchte hinfahren. Ich habe einen Freund. Ja, ich habe einen Freund. Was studierst du? Was ist dein Traumjob? Mein Traumjob ist Lehrer. Mein Traumjob ist Lehrer. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Wohin reist du morgen? Wohin reist du morgen? Ich reise nach Berlin. Ich reise nach Berlin. Wie lange bleibst du hier? Wie lange bleibst du hier? Ich bleibe zwei Tage hier. Ich bleibe zwei Tage hier. Wohin läufst du so schnell? Wohin läufst du so schnell? Ich laufe zum Supermarkt. Ich laufe zum Supermarkt. Mit wem gehst du einkaufen? Mit wem gehst du einkaufen? Ich gehe mit meiner Schwester einkaufen. Ich gehe mit meiner Schwester einkaufen. Wie oft fährst du mit dem Fahrrad? Wie oft fährst du mit dem Fahrrad? Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Wohin läuft dein Hund? Wohin läuft dein Hund? Er läuft zum Garten. Er läuft zum Garten. Gehst du zu Fuß zur Schule? Gehst du zu Fuß zur Schule? Nein, ich fahre mit dem Bus zur Schule. Nein, ich fahre mit dem Bus zur Schule. Wie lange fährst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Wie lange fährst du zur Arbeit? Ich fahre eine halbe Stunde. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Wohin möchtest du fliegen? Wohin möchtest du fliegen? Ich möchte nach Italien fliegen. Wann gehst du ins Fitnessstudio? Ich gehe morgen früh ins Fitnessstudio. Ich gehe morgen früh ins Fitnessstudio. Mit wem gehst du zur Party? Mit wem gehst du zur Party? Ich gehe mit meinen Freunden zur Party. Ich gehe mit meinen Freunden zur Party. Warum kommst du nicht mit? Warum kommst du nicht mit? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Wohin gehst du heute Abend? Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe ins Restaurant. Wie lange bleibst du im Urlaub? Ich bleibe zwei Wochen im Urlaub. Ich bleibe zwei Wochen im Urlaub. Wann fährst du nach München? Wann fährst du nach München? Ich fahre nächsten Monat nach München. Ich fahre nächsten Monat nach München. Mit wem fliegst du in den Urlaub? Mit wem fliegst du in den Urlaub? Ich fliege mit meiner Familie in den Urlaub. Ich fliege mit meiner Familie in den Urlaub. Gehst du mit uns zum Strand? Gehst du mit uns zum Strand? Ja, ich komme mit. Ja, ich komme mit. Wo fährt dein Bruder hin? Wo fährt dein Bruder hin? Er fährt nach Hamburg. Er fährt nach Hamburg. Wie fährst du in die Stadt? Wie fährst du in die Stadt? Ich fahre mit der U-Bahn. Ich fahre mit der U-Bahn. Warum kommst du nicht zur Party? Warum kommst du nicht zur Party? Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Mit wem gehst du ins Theater? Mit wem gehst du ins Theater? Ich gehe mit meiner Mutter ins Theater. Ich gehe mit meiner Mutter ins Theater. Warum fährst du so früh? Warum fährst du so früh? Ich möchte den Stau vermeiden. Ich möchte den Stau vermeiden. Wohin gehst du nach dem Unterricht? Wohin gehst du nach dem Unterricht? Ich gehe mit ב�ativen84 ins Theater. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe mit meinen Kollegen wandern. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einem Büro. Was kaufst du? Was kaufst du? Ich kaufe ein Buch. Ich kaufe ein Buch. Isst du Fleisch? Isst du Fleisch? Nein, ich bin Vegetarier. Nein, ich bin Vegetarier. Tanzt du gerne? Tanzt du gerne? Ja, ich tanze gerne. Ja, ich tanze gerne. Kennst du ihn? Kennst du ihn? Ja, ich kenne ihn gut. Ja, ich kenne ihn gut. Liebst du Schokolade? Liebst du Schokolade? Ja, ich liebe Schokolade. Ja, ich liebe Schokolade. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe zur Arbeit. Ich gehe zur Arbeit. Ja, meine Lieblingslehrerin unterrichtet Geschichte. Ja, meine Lieblingslehrerin unterrichtet Geschichte. Ja, meine Lieblingslehrerin unterrichtet Geschichte. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Dein Handy ist auf dem Tisch. Dein Handy ist auf dem Tisch. Ja, meine Lieblingslehrerin unterrichtet Geschichte. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja, ich habe großen Hunger. Ja, ich habe großen Hunger. Möchtest du einen Kaffee? Möchtest du einen Kaffee? Ja, bitte. Ja, bitte. Wie fühlst du dich heute? Wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Wo warst du gestern? Wo warst du gestern? Wo warst du gestern? Ich war bei einem Freund. Ich war bei einem Freund. Ich war bei einem Freund. Wo warst du gestern? Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten. Ich bin aus Ägypten. Was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Ich spiele gerne Tennis. Ich spiele gerne Tennis. Ich bin aus Ägypten. Ich bin aus Ägypten. Hast du schon gegessen? Hast du schon gegessen? Hast du schon gegessen? Ja, ich habe schon gefrühstückt. Ja, ich habe schon gefrühstückt. Ja, ich habe schon gefrühstückt. Brauchst du etwas aus dem Supermarkt? Brauchst du etwas aus dem Supermarkt? Ja, bitte bringe Milch mit. Ja, bitte bringe Milch mit. Kannst du das Fenster öffnen? Kannst du das Fenster öffnen? Kannst du das Fenster öffnen? Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Hast du morgen Schule? Hast du morgen Schule? Hast du morgen Schule? Ja, ich habe morgen Unterricht. Ja, ich habe morgen Unterricht. Was machst du morgens? Was machst du morgens? Ich stehe um sechs Uhr auf. Ich stehe um sechs Uhr auf. Wann gehst du ins Bett? Ich gehe um zweiundzwanzig Uhr ins Bett. Ich gehe um zweiundzwanzig Uhr ins Bett. Wo kaufst du ein? Wo kaufst du ein? Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Kann ich mit Karte zahlen? Kann ich mit Karte zahlen? Kann ich mit Karte zahlen? Ja, sie können mit Karte zahlen. Ja, sie können mit Karte zahlen. Brauchen sie eine Tüte? Brauchen sie eine Tüte? Ja, bitte. Fährst du mit dem Auto? Fährst du mit dem Auto? Nein, ich fliege. Nein, ich fliege. Hast du schon deine Koffer gepackt? Hast du schon deine Koffer gepackt? Ja, alles ist bereit. Ja, alles ist bereit. Wann beginnt der Unterricht? Wann beginnt der Unterricht? Der Unterricht beginnt um acht Uhr. Der Unterricht beginnt um acht Uhr. Hast du Hausaufgaben? Hast du Hausaufgaben? Ja, ich muss Mathe lernen. Ja, ich muss Mathe lernen. Wo wohnen deine Eltern? Wo wohnen deine Eltern? Meine Eltern wohnen in Berlin. Meine Eltern wohnen in Berlin. Meine Eltern wohnen in Berlin. Ja, ich habe zwei Kinder. Welche Bücher liest du gerne? Welche Bücher liest du gerne? Ich lese gerne Romane. Ich lese gerne Romane. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe Pizza. Ich liebe Pizza. Welchen Zug nimmst du? Welchen Zug nimmst du? Ich nehme den Zug nach München. Ich nehme den Zug nach München. Fährst du mit dem Fahrrad? Fährst du mit dem Fahrrad? Ja, ich fahre oft mit dem Fahrrad. Ja, ich fahre oft mit dem Fahrrad. Warst du mit dem Fahrrad? Warst du beim Arzt? Ja, ich war gestern beim Arzt. Ja, ich war gestern beim Arzt. Nimmst du Medikamente? Nimmst du Medikamente? Ja, ich nehme Tabletten. Was isst du normalerweise zum Mittagessen? Ich esse meistens einen Salat. Ich esse meistens einen Salat. Kannst du mir einen guten Bäcker empfehlen? Kannst du mir einen guten Bäcker empfehlen? Ja, der Bäcker an der Ecke ist sehr gut. Ja, der Bäcker an der Ecke ist sehr gut. Warst du schon mal in den Bergen? Warst du schon mal in den Bergen? Ja, ich war letztes Jahr in den Alpen. Ja, ich war letztes Jahr in den Alpen. Wie planst du deinen Urlaub? Ich plane meinen Urlaub immer im Voraus. Ich plane meinen Urlaub immer im Voraus. Hast du eine Lieblingslehrerin? Hast du eine Lieblingslehrerin? Wie geht's deiner Familie? Wie geht's deiner Familie? Ihnen geht es gut, danke. Ihnen geht es gut, danke. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist zehn Uhr. Es ist zehn Uhr. Wie spät ist es nicht. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Was brauchst du? Ja, natürlich. Was brauchst du? Hast du gestern den Film gesehen? Hast du gestern den Film gesehen? Nein, ich war zu müde. Nein, ich war zu müde. Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Ich gehe wandern. Ich gehe wandern. Kannst du Auto fahren? Kannst du Auto fahren? Ja, ich habe einen Führerschein. Ja, ich habe einen Führerschein. Hast du gestern gut geschlafen? Hast du gestern gut geschlafen? Ja, ich habe tief und fest geschlafen. Ja, ich habe tief und fest geschlafen. Wie sank das Wetter heute? Wie sank das Wetter heute? Es ist sonnig und warm. Es ist sonnig und warm. Hast du Zeit morgen? Hast du Zeit morgen? Ja, ich bin den ganzen Tag frei. Ja, ich bin den ganzen Tag frei. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Mein Tag war sehr anstrengend. Mein Tag war sehr anstrengend. Kann ich dich später anrufen? Kann ich dich später anrufen? Ja, ruf mich einfach an. Ja, ruf mich einfach an. Wann frühstückst du? Wann frühstückst du? Wann frühstückst du? Ich frühstücke um 8 Uhr. Ich frühstücke um 8 Uhr. Gehst du zur Arbeit? Gehst du zur Arbeit? Ja, ich gehe um 9 Uhr zur Arbeit. Ja, ich gehe um 9 Uhr zur Arbeit. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Es kostet 5 Euro. Es kostet 5 Euro. Haben sie das in einer anderen Größe? Haben sie das in einer anderen Größe? Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Wo verbringst du deinen Urlaub? Wo verbringst du deinen Urlaub? Wo verbringst du deinen Urlaub? Ich fahre nach Spanien. Ich fahre nach Spanien. Ich fahre nach Spanien. Ich fahre nach Spanien. Wie lange bleibst du dort? Wie lange bleibst du dort? Ich bleibe eine Woche. Ich bleibe eine Woche. Wie heißt deine Schule? Meine Schule heißt Goethe-Schule. Meine Schule heißt Goethe-Schule. Welche Fächer magst du? Ich mag Mathe und Deutsch. Ich mag Mathe und Deutsch. Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Geschwister hast du? Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Meine Mutter heißt Anna. Meine Mutter heißt Anna. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Magst du Musik? Magst du Musik? Ja, ich höre gerne Musik. Ja, ich höre gerne Musik. Wie fährst du zur Arbeit? Wie fährst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Bus. Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Der Bahnhof ist in der Nähe. Der Bahnhof ist in der Nähe. Wie fühlst du dich heute? Wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Hast du Schmerzen? Hast du Schmerzen? Ja, ich habe Kopfschmerzen. Ja, ich habe Kopfschmerzen. Wie oft gehst du joggen? Wie oft gehst du joggen? Wie oft gehst du joggen? Ich gehe dreimal pro Woche joggen. Ich gehe dreimal pro Woche joggen. Wann machst du deine Hausarbeit? Wann machst du deine Hausarbeit? Ich mache meine Hausarbeit am Wochenende. Ich mache meine Hausarbeit am Wochenende. Verkaufen sie auch frisches Obst? Verkaufen sie auch frisches Obst? Ja, das Obst ist heute besonders frisch. Ja, das Obst ist heute besonders frisch. Wie lange hat der Supermarkt geöffnet? Wie lange hat der Supermarkt geöffnet? Der Supermarkt ist bis 20 Uhr geöffnet. Welche Stadt möchtest du nächstes Mal besuchen? Ich möchte gerne nach Wien reisen. Ich möchte gerne nach Wien reisen. Hast du eine Lieblingslehrerin? Hast du eine Lieblingslehrerin? Ja, meine Lieblingslehrerin unterrichtet Geschichte. Ja, meine Lieblingslehrerin unterrichtet Geschichte. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. Wo schläfst du? Wo schläfst du? Ich schlafe in meinem Bett. Ich schlafe in meinem Bett. Kannst du diesen Baum klettern? Kannst du diesen Baum klettern? Ja, ich kann diesen Baum klettern. Ja, ich kann diesen Baum klettern. Kannst du schwimmen? Ja, ich kann im Pool schwimmen. Ja, ich kann im Pool schwimmen. Schreibst du deinen Namen? Ja, ich schreibe meinen Namen. Ja, ich schreibe meinen Namen. Kannst du Fahrrad fahren? Kannst du Fahrrad fahren? Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren. Nein, ich kann nicht Fahrrad fahren. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Was kochst du, Mama? Was kochst du, Mama? Ich koche Pasta. Ich koche Pasta. Spielst du Fussball? Spielst du Fußball? Ja, ich spiele Fußball. Was lernst du in der Schule? Was lernst du in der Schule? Ich lerne Mathe. Singst du ein Lied? Singst du ein Lied? Ja, ich singe ein Lied. Ja, ich singe ein Lied. Malst du ein Bild? Malst du ein Bild? Ja, ich male ein Bild. Ja, ich male ein Bild. Bist du bereit zu gehen? Bist du bereit zu gehen? Ja, ich bin bereit zu gehen. Ja, ich bin bereit zu gehen. Kaufst du Äpfel? Kaufst du Äpfel? Nein, ich kaufe Orangen. Nein, ich kaufe Orangen. Kannst du schnell rennen? Nein, ich kann nicht schnell rennen. Nein, ich kann nicht schnell rennen. Hilfst du deiner Mutter? Ja, ich helfe meiner Mutter. Ja, ich helfe meiner Mutter. Was siehst du im Fernsehen? Was siehst du im Fernsehen? Ich schaue einen Cartoon. Ich schaue einen Cartoon. Bist du krank? Bist du krank? Nein, ich bin nicht krank. Nein, ich bin nicht krank. Kannst du das Puzzle lösen? Kannst du das Puzzle lösen? Ja, ich kann das Puzzle lösen. Ja, ich kann das Puzzle lösen. Kochst du Suppe? Kochst du Suppe? Ja, ich koche Suppe. Ja, ich koche Suppe. Kannst du hochspringen? Kannst du hochspringen? Ja, ich kann hochspringen. Ja, ich kann hochspringen. Bist du traurig? Bist du traurig? Nein, ich bin nicht traurig. Nein, ich bin nicht traurig. Gehst du spazieren? Gehst du spazieren? Ja, ich gehe spazieren. Ja, ich gehe spazieren. Schneidest du das Gemüse? Schneidest du das Gemüse? Ja, ich schneide das Gemüse. Ja, ich schneide das Gemüse. Kannst du das Buch lesen? Kannst du das Buch lesen? Kannst du das Buch lesen? Was hörst du? Was hörst du? Was hörst du? Ich höre den Regen. Ich höre den Regen. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Wie viel kostet das Buch? Wie viel kostet das Buch? Das Buch kostet 10 Euro. Das Buch kostet 10 Euro. Wie viel kostet das Buch? Wo ist deine Tasche? Wo ist deine Tasche? Wo ist deine Tasche? Meine Tasche ist auf dem Tisch. Meine Tasche ist auf dem Tisch. Was malst du? Was malst du? Ich male ein Haus. Ich male ein Haus. Kannst du Klavier spielen? Ja, ich kann Klavier spielen. Ja, ich kann Klavier spielen. Hilfst du deinem Freund? Hilfst du deinem Freund? Ja, ich helfe meinem Freund. Ja, ich helfe meinem Freund. Isst du Kuchen? Isst du Kuchen? Ja, ich esse Kuchen. Ja, ich esse Kuchen. Trinkst du Wasser? Trinkst du Wasser? Ja, ich trinke Wasser. Ja, ich trinke Wasser. Bist du Müde? Bist du Müde? Ja, ich bin Müde. Ja, ich bin Müde. Ja, ich bin Müde. Kannst du Klavier spielen? Kannst du Klavier spielen? Nein, ich kann nicht Klavier spielen. Nein, ich kann nicht Klavier spielen. Nein, ich kann nicht Klavier spielen. Ja, ich bin glücklich. Ja, ich bin glücklich. Kannst du das Fenster öffnen? Kannst du das Fenster öffnen? Nein, ich kann das Fenster nicht öffnen. Nein, ich kann das Fenster nicht öffnen. Was siehst du? Was siehst du? Ich sehe einen Vogel. Ich sehe einen Vogel. Wäschst du dir die Hände? Wäschst du dir die Hände? Ja, ich wasche mir die Hände. Ja, ich wasche mir die Hände. Was suchst du? Was suchst du? Ich suche meine Schuhe. Ich suche meine Schuhe. Lernst du für die Prüfung? Lernst du für die Prüfung? Ja, ich lerne für die Prüfung. Ja, ich lerne für die Prüfung. Kannst du deine Schuhe binden? Kannst du deine Schuhe binden? Kannst du deine Schuhe binden? Ich bin das Schuhen. Bist du zuvor Python-Polot? Bist du hungrig? 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 Spielst du mit deinem Hund? Ja, ich spiele mit meinem Hund. Ja, ich spiele mit meinem Hund. Was schreibst du? Was schreibst du? Ich schreibe Buchstaben. Malst du eine Katze? Malst du eine Katze? Ja, ich male eine Katze. Ja, ich male eine Katze. Putzt du dein Zimmer? Putzt du dein Zimmer? Ja, ich putze mein Zimmer. Ja, ich putze mein Zimmer. Hörst du Musik? Hörst du Musik? Ja, ich höre Musik. Ja, ich höre Musik. Kannst du singen? Kannst du singen? Nein, ich kann nicht singen. Nein, ich kann nicht singen. Was liest du? Was liest du? Ich lese eine Zeitung. Ich lese eine Zeitung. Schreibst du dein Tagebuch? Schreibst du dein Tagebuch? Ja, ich schreibe in mein Tagebuch. Ja, ich schreibe in mein Tagebuch. Kaufst du Brot? Kaufst du Brot? Ja, ich kaufe Brot. Ja, ich kaufe Brot. Wer ist dein bester Freund? Wer ist dein bester Freund? Mein bester Freund ist Maximal. Mein bester Freund ist Maximal. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Was isst du zum Frühstück? Was isst du zum Frühstück? Was isst du zum Frühstück? Ich esse Brot mit Käse. Ich esse Brot mit Käse. Ich esse Brot mit Käse. Ich esse Brot mitagens choose. Ich esse Brot mit Gesicopter. Hilfst du deiner Mutter? Hilfst du deiner Mutter? Hilfst du deiner Mutter? Hilfst du deiner Mutter? Ja, ich helfe meiner Mutter. Machst du deine Hausaufgaben? Machst du deine Hausaufgaben? Ja, ich mache meine Hausaufgaben. Ja, ich mache meine Hausaufgaben. Wie lange lernst du jeden Tag? Wie lange lernst du jeden Tag? Ich lerne eine Stunde. Ich lerne eine Stunde. Was ist dein Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Kannst du malen? Kannst du malen? Kannst du malen? Ja, ich kann gut malen. Kannst du malen? Kannst du ein Fahrrad fahren? Kannst du ein Fahrrad fahren? Kannst du ein Fahrrad fahren? Ja, ich kann Fahrrad fahren. Ja, ich kann Fahrrad fahren. Warst du schon im Schwimmbad? Warst du schon im Schwimmbad? Warst du schon im Schwimmbad? Ja, ich war schon im Schwimmbad. Ja, ich war schon im Schwimmbad. Wie oft gehst du in den Park? Wie oft gehst du in den Park? Ich gehe einmal pro Woche in den Park. Ich gehe einmal pro Woche in den Park. Ich gehe einmal pro Woche in den Park. Was trägst du heute? Was trägst du heute? Was trägst du heute? Ich trage ein rotes T-Shirt. 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 Was trägst du heute? Ich trage ein rotes T-Shirt. Was trägst du heute? Ja, ich trage gern Mütze. Ist dein Schal rot? Ist dein Schal rot? Ist dein Schal rot? Nein, mein Schal ist grün. Fährst du manchmal mit dem Bus? Fährst du manchmal mit dem Bus? Ja, manchmal fahre ich mit dem Bus. Ja, manchmal fahre ich mit dem Bus. Ja, manchmal fahre ich mit dem Bus. Fliegst du gern? Fliegst du gern? Fliegst du gern? Ja, ich fliege gern im Flugzeug. Ja, ich fliege gern im Flugzeug. Ja, ich fliege gern im Flugzeug. Hast du schon einmal am Meer? Warst du schon einmal am Meer? Ja, ich war schon am Meer. Warst du schon mal im Wald? Warst du schon mal im Wald? Ja, ich war schon im Wald. Ja, ich war schon im Wald. Hast du schon mal gezeltet? Hast du schon mal gezeltet? Hast du schon mal gezeltet? Ja, ich habe schon mal gezeltet. Ja, ich habe schon mal gezeltet. Ja, ich habe schon mal gezeltet. Was kaufst du im Supermarkt? Was kaufst du im Supermarkt? Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Was kostet das? Was kostet das? Was kostet das? Das kostet 5 Euro. Das kostet 5 Euro. Das kostet 5 Euro. Wo kaufst du deine Kleidung? Wo kaufst du deine Kleidung? Wo kaufst du deine Kleidung? Ich kaufe meine Kleidung im Einkaufszentrum. Ich kaufe meine Kleidung im Einkaufszentrum. Hast du schon mal Fieber gehabt? Hast du schon mal Fieber gehabt? Hast du schon mal Fieber gehabt? Ja, ich hatte einmal Fieber. Ja, ich hatte einmal Fieber. Ja, ich hatte einmal Fieber. Wann gehst du zum Arzt? Wann gehst du zum Arzt? Wann gehst du zum Arzt? Ich gehe morgen zum Arzt. Ich gehe morgen zum Arzt. Ich gehe morgen zum Arzt. Hast du deine Zähne geputzt? Ja, ich habe meine Zähne geputzt. Ja, ich habe meine Zähne geputzt. Machst du Sport? Machst du Sport? Ja, ich mache Sport. Ja, ich mache Sport. Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Wann gehst du ins Bett? Wann gehst du ins Bett? Wann gehst du ins Bett? Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Machst du dein Zimmer sauber? Machst du dein Zimmer sauber? Machst du dein Zimmer sauber? Ja, ich mache mein Zimmer sauber. Ja, ich mache mein Zimmer sauber. Ja, ich mache mein Zimmer sauber. Magst du Mathematik? Magst du Mathematik? Magst du Mathematik? Magst du Mathematik? Ja, ich mag Mathematik. Ja, ich mag Mathematik. Ja, ich mag Mathematik. Magst du Mathematik. Wer hilft dir bei den Hausaufgaben? Wer hilft dir bei den Hausaufgaben? Wer hilft dir bei den Hausaufgaben? Meine Mutter hilft mir. Meine Mutter hilft mir. Meine Mutter hilft mir. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Liest du gern Bücher? Liest du gern Bücher? Liest du gern Bücher? Liest du gern Bücher? Ja, ich lese gern Märchenbücher. Ja, ich lese gern Märchenbücher. Gehst du oft in den Zoo? Gehst du oft in den Zoo? Gehst du oft in den Zoo? Ja, ich gehe manchmal in den Zoo. Ja, ich gehe manchmal in den Zoo. Ja, ich gehe manchmal in den Zoo. Magst du den Spielplatz? Magst du den Spielplatz? Magst du den Spielplatz? Ja, ich mag den Spielplatz. Ja, ich mag den Spielplatz. Ja, ich mag den Spielplatz. Was machst du im Park? Was machst du im Park? Was machst du im Park? Ich spiele Fußball mit meinen Freunden. Ich spiele Fußball mit meinen Freunden. Ich spiele Fußball mit meinen Freunden. Welche Farbe hat deine Hose? Welche Farbe hat deine Hose? Welche Farbe hat deine Hose? Meine Hose ist blau. Meine Hose ist blau. Meine Hose ist blau. Hast du eine Jacke? Hast du eine Jacke? Hast du eine Jacke? Ja, ich habe eine warme Jacke. Ja, ich habe eine warme Jacke. Ja, ich habe eine warme Jacke. Wie kommst du zur Schule? Wie kommst du zur Schule? Wie kommst du zur Schule? Ich gehe zu Fuß zur Schule. Ich gehe zu Fuß zur Schule. Ich gehe zu Fuß zur Schule. Warst du schon mal im Zug? Warst du schon mal im Zug? Ja, ich war schon im Zug. Ja, ich war schon im Zug. Ja, ich war schon im Zug. Reist du oft mit dem Auto? Reist du oft mit dem Auto? Ja, ich reise oft mit dem Auto. Ja, ich reise oft mit dem Auto. Ja, ich reise oft mit dem Auto. Magst du das Meer? Oh ja. Magst du das Meer? Gehst du gern spazieren? Gehst du gern spazieren? Ja, ich gehe gern spazieren. Ja, ich gehe gern spazieren. Gehst du gern einkaufen? Gehst du gern einkaufen? Gehst du gern einkaufen? Ja, ich gehe gern einkaufen. Ja, ich gehe gern einkaufen. Ja, ich gehe gern einkaufen. Hast du schon mal Schokolade gekauft? Hast du schon mal Schokolade gekauft? Hast du schon mal Schokolade gekauft? Ja, ich kaufe oft Schokolade. Ja, ich kaufe oft Schokolade. Ja, ich kaufe oft Schokolade. Möchtest du etwas kaufen? Möchtest du etwas kaufen? Möchtest du etwas kaufen? Ja, ich möchte ein Eis kaufen. Ja, ich möchte ein Eis kaufen. Bist du gesund? Ja, ich möchte ein Eis kaufen. Bist du gesund? Bist du gesund? Bist du gesund? Ja, ich bin gesund. Ja, ich bin gesund. Ja, ich bin gesund. Ja, ich bin gesund. Bist du gesund? Ja, ich bin gesund. Geht es dir heute besser? Ja, es geht mir besser. 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 Trinkst du genug Wasser? Ja, ich trinke viel Wasser. Ja, ich trinke viel Wasser. Schläfst du genug? Schläfst du genug? Ja, ich schlafe acht Stunden. Magst du laufen? Magst du laufen? Ja, ich laufe gern. Ja, ich laufe gern. Ich bin spät dran. Ich bin spät dran. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist zehn Uhr. Es ist zehn Uhr. Wann fliegst du nach Spanien? Ich fliege nächste Woche nach Spanien. Ich fliege nächste Woche nach Spanien. Fährst du im Sommer in den Urlaub? Fährst du im Sommer in den Urlaub? Ja, ich fahre ans Meer. Wann gehst du schlafen? Wann gehst du schlafen? Ich gehe um zweiundzwanzig Uhr schlafen. Ich gehe um zweiundzwanzig Uhr schlafen. Wer geht mit dir ins Kino? Mein Freund geht mit mir ins Kino. Mein Freund geht mit mir ins Kino. Warum fährst du nicht mit dem Zug? Warum fährst du nicht mit dem Zug? Der Zug ist zu langsam. Fährst du gerne mit dem Fahrrad? Fährst du gerne mit dem Fahrrad? Ja, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Wie oft gehst du joggen? Wie oft gehst du joggen? Ich gehe dreimal pro Woche joggen. Ich gehe dreimal pro Woche joggen. Wie fährst du zum Flughafen? Wie fährst du zum Flughafen? Ich nehme ein Taxi. Ich nehme ein Taxi. Wann kommst du an? Wann kommst du an? Ich komme um fünfzehn Uhr an. Ich komme um fünfzehn Uhr an. Warum kommst du nicht nach Hause? Warum kommst du nicht nach Hause? Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch einen Hotel die單 Americans trusten. Es muss noch kleine Summen seannt den GewPodernirn. Wann guckt? Gehst du gerne ins Museum? Ja, ich liebe Museen. Ja, ich liebe Museen. Wie fährst du nach Berlin? Ich fahre mit dem Zug. Warum läufst du jeden Tag? Ich möchte fit bleiben. Ich möchte fit bleiben. Wie oft gehst du ins Schwimmbad? Ich gehe einmal pro Woche. Wohin gehst du am Wochenende? Wohin gehst du am Wochenende? Ich gehe zu einem Konzert. Wohin gehst du am Wochenende? Wohin gehst du am Wochenende? Ich gehe morgen wieder arbeiten. Wohin gehst du am Wochenende? 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 Wohin gehst du am Wochenende?